Herzlich Willkommen zurück zu minecraft ich habe jetzt Ewigkeit nicht mehr aufgenommen ich weiß dass ich Ich habe einen neuen skin und das liegt daran dass ich mir mein minecraft neu gekauft habe da ich bei meinem alten minecraft dingens keinerlei wie soll ich sagen hier passwort wusste ich noch e-mail-adresse wusste ich nicht mehr das war so ein beta dingens und ich hatte halt echt keine ahnung mehr und dann konnte ich keinen skin ewigkeit nennen habe ich mir einfach gedacht fuck you minecraft fuck you ich spiele ich zwar nur wenn ich im let's play mache aber wenn ich dich dann spiele will ich auch einen anderen skin haben du bist voll da haben wir nichts und haben nichts und ich habe ewigkeiten ich kann euch jetzt genau sagen über morgen neben morgen kommt die neue folge und ist die letzte die was ich aufgenommen habe deswegen passiert jetzt brauchten wir nicht habe es da ich erinnere mich wir brauchten aber glaube ich dies weil ich mich recht erinnere brauchten wir jede menge diamantos deswegen wollte ich runter in die mine denn wir wollten ja glaube ich eine automatische habe ich was zum futtern dabei sieht nicht so aus ich lebe mich mal kurz schlafen ich glaube unsere mine war da unten wenn ich nicht alles du bist bleibe ich mein st passter warum hatte ich körbesinnen moment warum hatte ich seit momentan ich weiß es nicht egal ob total 'll so warte mal hier ging doch hier ging es doch irgendwie hier so jawohl und dann war hier unser die ist leer hier ist nix hier ist nix aber wie ging es von hier weiter ich glaube hier raus machen wir mal zu hier habe ich auf jeden fall sehr gründlich abgebaut bin ich stolz auf mich warum habe ich hier das alles was ist denn los mit mir warum baue ich hier die materialien nicht ab dann haben wir hier und noch irgendwas die ausgeburte finsternis okay wisst ihr was wir gehen weiter nach unten alle halt die schnauze immer einen bogen ok ok es sind keine dias da oben war ich auf jeden fall schon mal okay das ist mir jetzt egal wenn ich mir kohle mit denn falls wir keine dias finden können wir ja immer noch pressen 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 und ich glaube wenn ich zu weit unten bin finde ich auch keinen sinn mehr und ich habe glaube ich sogar eine folge danach benannt ich liebe zinn und brauche ich für jeden scheiß und ich glaube das hier ist sinn was bist du lied mag ich nicht so ich nehme trotzdem mehr kohle mit wir brauchen ich bin momentan überlegen ob ich mir vielleicht die erst nicht hier nehmen sollte für einen verzauberungstisch damit ich noch mit ihr es fahren kann und ist mir gerade aufgefallen wenn doch unser maschinchen die was abbaut zu nebenbei läuft die eigentlich noch das ist jetzt so die andere frage ich glaube nämlich nicht ich glaube das ist silber ich glaube ich weiß wieder warum ich das alles hier so liegen lasse das kann ich euch jetzt ruhig machen außer werkzeuge da muss es doch auch irgendwie sinnvollen nutzen geben oder so warte mal hier geht es dann zur großen schlucht nie hier ist sackgasse ok jetzt hierhin immer weg weg und ich habe ich gesehen ob er sich hier gar nicht verstecken so dann geben wir mal hier kurz eine farge ähm pop 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 na alles komm hopp hopp alles hier chaco chaco mako äh hopp 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 so reicht zack zack so wir leuchten erst aus bis hierhin und gehen wir zurück ok und bau ein bisschen ab so das lead ore nehmen wir mit und den silber kack kohle nehme ich mit denn ansonsten machen wir uns einfach selber dias wenn wir ähm ähm es echt nicht schaffen sollten welche zu finden ich meine kohle ist glaube ich jetzt echt so das mineral wo es uns nie mangeln wird wir haben bäume die wir zur holzkohle machen können oh da haben wir zinnen das ist gut so so Eisen fehlt uns glaube ich auch ab und zu mal deswegen nehmen wir das hier auch mit ja einfach mal schön in der höhle meinen wie es sich für minecraft gehört ich bin auch ein bisschen überlegen ob ich nicht irgendwie so minecraft mäßig mal mit anderen Leuten zusammenspielen sollte habe ich schon mal gemacht war lustig aber immer mit zum mod ok da sind die ads da sind da sind die ads die ads sind gut aha danke el spinios gehen wir ganz kurz hier hin es sind hier definitiv zu viele creep parts unterwegs ahhh was soll denn das ah da wirklich musste das jetzt sein hm aber ich denke mal ich habe somit ähm oh man egal hier unten sind noch welche schändliche kreatur so ich baue hier jetzt erstmal in ruhe ab oh man das hört sich nicht gut an da drüben ist noch mal einer boah was ist das hier eine mördergrube so darf ich jetzt darf ich danke ok das gefällt mir nicht ich weiß nicht ob ich das uranium brauche deswegen ignoriere ich das ich grab mich hier mal kurz rein kriege ich hier hin komme ich hier hin ne kann ich hier unten hier so hier ausleuchtikus so so mein gold ich glaube gold ist auch relativ kostbar hier so ok von wo von da so dankeschön so alter hör doch mal auf hier mein gott ich kriege hier gerade echt das bedürfnis einfach mal kurz die monster auszumachen weil es einfach zu viele sind warum sind hier so krass viele monster das ist ja unglaublich so so da oben da einfach mal oben ausgeleuchtet alter weißt du ich regeneriere mich nicht mal ich habe eine millennium scherbe da kommt noch ein skelett ich kriege es kotzen da unten sind diamanten verdammter mist was mache ich denn jetzt ist das eine kluge idee ich glaube nicht ach ich wusste es so aber ich denke ich regeneriere mich das ist gut ich regeneriere mich nicht so viel aber ich regeneriere mich mehr will ich nicht bewegt mich jetzt auch einfach nicht so viel das mache ich weg du hinterst mich an der flucht wenn ich da wieder wegrennen muss kann ich da hängen bleiben so dann gehen wir wieder runter ich gucke auf die zeit die zeit ist sagt fast äh vorbei wo ist er da ist er alter ausleuchten ausleuchten leckt mich alle geh weg ausleuchten ausleuchten geh weg danke ich will hier nur ausleuchten dass ich hier Ruhe habe so ab jetzt wird geflüchtet da ist schon wieder ein Krepper so gut gegen einen Krepper komme ich an so der kann da unten von mir aus sterben so oh man Leute alter da unten ist alles voll ey Leute ich gucke mal ganz kurz Optionen Schwierigkeitsgrad ist schon einfach ich stelle mal ganz kurz auf friedlich ich mache mal ganz kurz Ruhe das ist ja ich will Maschinen bauen ich will hier nicht kämpfen verdammt nochmal ich stelle die Monster dann schon irgendwann mal wieder ein wenn ich es dann wieder wenn ich dann wieder dran denke aber das ist ja hier ist ja nicht wahr ich will doch jetzt einfach nur ein bisschen fahren so dann kommen wir wenigstens noch so ein bisschen was so so okay Blick auf die Uhr das heißt hier unten wird ähm neu wie startet dann in der nächsten Folge so haben wir hier sonst noch was nee nee okay Leute dann sage ich jetzt schon mal tschüss bis zum nächsten Mal wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Leute ähm tschüss Untertitelung des ZDF, 2020